so hier ist die ausbildungsanzeige dass der zwerg ausgebildet wird übrigens unter dem fortanzeige ist die geschwindigkeitsanzeige also wir können jeden fall jederzeit pause modus einschalten oder den boost modus gehen und hier die option großartig der jungzwerg ist eingetroffen man sieht er wird hier über den zwergenhort teleportiert uralter zwergenhorte die siedlung in form eines zwei wege portals mit hemford verbindet wenn im hortfenster zwerge anfordern kommen sie dort an großartig der jungzwerge seien getroffen der zwergort ist unsere verbindung zurück nach hemford wir werden die jungen zwerge erscheinen nachdem wir sie angefordert haben da wir jetzt ein jungzwerg haben können wir ihnen auch einen beruf geben jungzwerge können sofort aufgerüstet werden erhalten jedoch im lauf der zeit zusätzliche erfahrung wenn man sie nicht auf wenn sie nicht aufgerüstet werden lasst uns auch das auf das plus symbol neben seinem namen klicken dieses mal wäre es wohl das beste aus ihm einen handwerker zu machen wer auf das handwerker symbol klickt wird das schicksal des zwerges bestimmt auf immer und ewig ja ein bisschen dramatik am anfang und ja da ist das pluszeichen jetzt können wir ihn spezialisieren also wie er gesagt hat wir können auch warten da jungzwerge einfach nur durch die gegend laufen essen schlafen und sich sachen angucken kriegen sie nämlich schnelle erfahrung als arbeitende zwerge was manchmal vorteilhaft ist außer man braucht ziemlich schnell leute also gerade bei soldaten sollte man immer ein bisschen warten bis sie so level 4 oder 5 erreicht haben so wir müssen ein handwerker aus ihm machen oder können nur ein handwerk aus ihm machen das kostet uns 50 nahrung nahrung wird übrigens hier oben angezeigt also los endlich kann dieser zwerg sich auch etwas nützlich machen lasst ihn uns ein paar zusätzliche dinge bauen klickt auf die bauschaltfläche und sucht nach einem baubaren bett in dem die zwerge schlafen und sich ausruhen können wenden will er den baumen in der baumenü kategorie möbel wenn wir ein eigenes objekt gefunden haben können wir es zur auswahl anklicken jetzt müssen wir das objekt irgendwo in der spielwelt platzieren halte dazu einfach die linke maustaste gedrückt bei gedrückter linker maustaste können wir das objekt in die gewünschte richtung ausrichten wenn wir damit zufrieden sind lassen wir die maustaste los und da und der handwerkszwerg begibt sich dorthin und baut das objekt nun können wir auch den verkaufsbefehl und den verschiebebefehl benutzen und falls wir uns am kauf oder der platzierung des bübelstücks nicht zufrieden sind baumenü ist hier unten es gibt sogar eine pimpette pippette tschuldigung mit der tun wir nicht pimpen damit können wir einfach objekte direkt kopieren wenn wir sie noch mal bauen wollen was ganz praktisch ist also fast schon so wie bei paint hier können wir sogar noch mal das gesprächsprotokoll anschauen das ist der questlock die schaltfläche ignorieren wir erstmal wir konzentrieren uns aufs bauen das ist nämlich dieser dicke button hier da gehen wir auch ins pause menü und können jetzt hier sieht man haben wir sechs verschiedene kategorien von bausachen zur verfügung also einmal hier oben möbel die sachen können wir alle noch nicht und hier unten wegzubehör also leiter treppen brücken und so weiter wenn wir zum beispiel irgendwas ausgegraben haben ein loch oder so dass wir darüber die brücke legen können dass die zwerge drüber latschen können oder halt eine leiter weil zwerge können nicht klettern ohne leiter so wir brauchen aber erst einmal ein bett das können wir also ja wir können nur ein steinbett zurzeit wahrscheinlich das schlechteste bett aller zeiten das kopfkissen ist ein stein sorgt für schlechten schlaf aber ist besser als nichts können wir mal hier eins platzieren so dann macht sich unser bauarbeiter zwerg schon auf die weg und platziert es schlaf ist nämlich eins der beiden bedürfnisse unserer zwerge so endlich ein bett jetzt haben die zwerge einen platz zum schlafen auch wenn es nur ein steinbett ist dass ich vom königlichen gute sind verstehe ich ja da ist ein bug im text da sie nicht vom königlichen blute sind verstehe ich wirklich nicht warum der boden nicht gut genug für sie ist ja unser prinz dem ich dummer weise meinen namen gegeben habe ist ziemlich arrogant jetzt brauchen wir nahrung ohne eine angstieg im mahlzeit können zwerge nicht überleben zum verlangen von lagung müssen wir während mehrere schritte ausführen zuerst aber sollten wir einen ort schaffen an dem die zwerge essen können lass uns erneut das baumenü aufrufen und einen tisch bauen tische sind daneben also neben betten wir können auch stühle bauen später da können zwerge auch manchmal drauf schlafen so den tisch sollten wir natürlich so platzieren dass er von allen seiten begebbar ist also ja ein prächtiger tisch aus stein also ein steintisch eignet sich besser als ein stein bett und was ich auch lustig finde das sieht man jetzt hier gerade nicht weil wir sehr viel nahrung haben die nahrung auf dem tisch verändert sich auch da auch je nachdem wie wenig wir haben also wenn wir wenig nahrung haben ist der tisch ziemlich wenig gedeckt aha gute arbeit als zwerg zwerg jetzt haben wir einen tisch an dem die zwerge essen können wenn sie hungrig sind suchen sie zum essen den nächstgelegenen tisch auf daher sollten wir stets dafür sorgen dass wir genügend nahrung auf lager haben ohne nahrung verhungern die zwerge wollte so gesagt haben wir haben ein bett zum schlafen und ein tisch zum essen jetzt benötigen wir noch nahrung lasst uns nur einen blick auf die dunkel gefärbten blöcke in der raummitte werfen okay wir werfen einen blick drauf ja sie sind schön dunkel und leicht grünlich das ist nährboden nur in dieser art von blöcken können pflanzen pflanzen und bäume angepflanzt werden da ist unter der da aber kein sonnenlicht gibt müssen wir etwas bauen das den pflanzen die für ihr wachstum benötigt energie gibt dazu müssen wir einen düngestein bauen wählt einen im baumenü aus danach müssen wir nirgendwo auf den nährboden platziert macht euch an die arbeit mir knutscht und der marken gut jetzt kommt der düngestein hinzu der feld unter arbeitsplätze nämlich hier düngestein können wir nur den einen düngestein bauen ermöglicht innerhalb eines wirkungsradius das anpflanzen von feldfrüchten die beste methode nahrung und holz für ihre siedlung zu gewinnen so den platzieren wir einfach mal hier mittendrin und er dürfte schon an die arbeit gehen wie geht's dir eigentlich es werden leider noch keine informationen angezeigt über hunger und müdigkeit so jetzt haben wir einen nährboden der uns vom düngestein energie erhält lasst uns etwas essbares anbauen öffnet das baumenü findet den zitronenblumen und platziert ihn in der nähe des düngesteins seht ihr den grünen bereich um den düngestein herum das ist seine reichweite feldfrüchte können nur innerhalb dieser reichweite wachsen befindet sich die feldfrucht nah genug am stein wächst nahrung also ja eigentlich müsste hier ein grüner bereich kommen genau jetzt sehen wir ihn also alles was hier jetzt so grün leuchtet das kriegt energie vom düngestein und dort können wir jetzt auch feldfrüchte platzieren natürlich zitronen zitronenbaum zum niederbrennen von häusern entworfen nette tooltipps platzieren wir einfach mal gleich zwei stück die werden übrigens instant platziert bald können wir etwas essen aber aus irgendeinem grund brauchen wir einen neuen jungzwerg dieses bei brauchen wir einen arbeiter der sich um die angepflanzten feldfrüchte kümmert lasst uns also das hinfortfeste eröffnen und dort einen weiteren jungzwerg anfordern kein problem lustig übrigens wie hier oben unsere bevölkerung wieder auf 1 gesunken ist obwohl wir weg mit dem pause mit obwohl wir zwei zwerge haben den könig nicht mitgezählt den prinzen entschuldigung noch bist du kein könig kumpel und ja zwerge sind hart deswegen essen sie zitronen jetzt haben wir also noch einen zwerg sieht so aus dass wir ihn ebenfalls sofort befördern können lasst uns ihn in einen arbeiter verwandeln lasst uns auf das plus symbol neben seinem namen klicken dieses mal wehren wir den beruf arbeiter aus wenn ihr auf das arbeiter symbol klickt wird das schicksal des zwerges bestimmt auf immer und ewig da kommt der zwerg und der arbeiter braucht dieses mal gold und schluss haben wir einen arbeiter da der jungen zwerg nun in einem in einen arbeiterzwerg verwandelt wurde können wir ihn nahrung gehandeln lassen wenn wir auf das plus symbol auf dem düngestein klicken wird der arbeiter wird ihm der arbeiterzwerg zugeteilt alle zugeteilten arbeiterzwerge ernten nahrung von jeder pflanze im wirkungsbereich des düngesteins so funktionieren die steine nämlich deswegen braucht man sie wahrscheinlich auch hauptsächlich also gameplay technisch das war einfach zuweisen kann wie viele arbeiter hier arbeiten sollen in dem wirkungsbereich so dann warten wir mal bis er kommt jetzt wird dieser arbeiterzwerg endlich nahrungs für uns ernten damit wir etwas bis etwas essen können kein hunger mehr endlich haben wir eine gute basis gebaut damit sie die grundlegenden elemente die man für das leben hier unten braucht das sind die grundlegenden elemente bevor wir fortfahren benötigen wir produktion es ist zu einer zweiten weiteren jungs vergang zu fordern wir brauchen ein zwerg der uns beschützen kann öffnet das fenster fordert einen weiteren jungs vergang jetzt gehen wir mal in richtung militär und man sieht schon er geht jetzt arbeiten dass ich mal übrigens hier immer an den kleinen in dem kleinen schwarzen kreis was er gerade vor hat man sieht er schnippelt jetzt am zitronenbaum rum der jung zwerg ist hier und wer hätte das gedacht wir können ihn sofort befördern wenn wir die soldaten klasse auswählen bekommen wir einen soldaten zurück zu dem zwerg hier der sammelt uns jetzt nämlich netterweise die zitronen von den bäumen und bringt uns nahrung gut dicht machen wir es zu einem militärzwerg also die grundlegendste stufe des militärs so nicht die stärkste aller krieger aber unterstützen sollte man ihn auch nicht also das ist eine siedlungsmiliz großartig jetzt können unsere basis verteidigen eine möglichkeit zur verteidigung unseres goldes er unsere zwerg ist immer eine gute sache ja du mich auch nun sind wir bereit zum fortfahren ich glaube es ist hier jetzt sicher genug um den grabefehl erneut zu benutzen also mal schauen ob wir tiefer in der höhle noch etwas finden können ja und das wäre dann hier haben wir mal in die richtung weiter weil ich glaube hier hinter ist alles und die die um ist rot weg mit ihr also wenn wir hierhin fahren oh nein da drin befindet sich eine bestie ein maulwurf ein böser maulwurf wo sieht der böse aus geht diesem ding aus dem weg zwergen soldat töte es rette rette mich ja rette mich wenn ich falle da ist alles vorbei ihr müsst mich am leben halten ach stimmt ja wir haben da ja da haben ja den teleport befehl wenn wir auswählen und auf den zwerg kriegen können wir in einen anderen ort platzieren so können wir beispielsweise ein zwerg soldaten direkt auf das monster teleportieren der sieht nur etwas eingesperrt aus aber ja der teleporter befehl das ist der hier unten damit können wir uns zwerge schnappen also das ist sozusagen unsere hand des bösen aus dungeonkeeper das ist auch eine der wenigen gemeinsamkeiten dieser spiel mit dungeonkeeper hat dass wir so eine art hand des bösen haben ist er tot er ist tot gut gemacht zwergen soldat ich bin froh dass wir dass wir echte krieger geklärt haben ehre und mut ja von wegen gute arbeit bis hier zwerge es haben wir eine ordentliche basis und etwas verteidigung sagt man was ist das denn da drüben sieht wie eine verschlossene türe aus bestimmte ist ein weg sie zu öffnen lassen sie interaktions befehl ausprobieren wenn wir hiermit irgendetwas interagieren sollten wir damit die tür öffnen können der maulwurf ist tot und wir kriegen den interaktions befehl hier unten damit können wir auf den hebel klicken und schwupps geht einer unserer zwerge der link gerade nichts zu tun hat los und benutzt den hebel aha die tür ist jetzt offen wir können sie nun durchqueren was übrigens auch lustig ist wir können alle sachen in gegnerischen räumen verkaufen und kriegen dadurch ressourcen so dann graben wir hier mal weiter warum auch immer hinter einer tür gleich wieder eine wand ist ist was ist das noch ein raum unterscheiden können wir hier nach unten graben neben einer kanone dieses objekt wurde die von zwergen entworfen und gebaut das sieht man auch wie es aussieht nämlich ziemlich komisch wenn wir nach unten graben stoßen vielleicht auf etwas wir vielleicht auch etwas interessantes vergesst nicht dass wir uns über den schieberegler in der unteren bildschirm ecke oder über die r und f tasten zwischen ebenen bewegen können jetzt können wir im baumenü auch leitern bauen die wir an den mann platzieren können wie platzieren können wir in unseren schicht nach um und unten klettern ich weiß was hier irgendwo eine schatzkammer verborgen ist wenn wir sie finden und könig vater direkt wenn wir sie finden und könig vater direkt unter seiner großen nase weg schnappen hätten wir sie mal so richtig gezeigt ja der kind der jugendliche trotz also ja wir gehen eine ebene tiefer und fangen an nach unten zu graben das mache ich mal jetzt so weit so und wir und ja die leiter feld mit dem zwerg nach unten der fällt jetzt nämlich auch gleich noch mehr klettert sogar so da ist gerade irgendwie ein glitch warum ist ein ach so das weiß ausgewählt habe nein ich will gerne leitern platzieren so und leitern werden instant platziert übrigens da ist sie das ist die schatzkammer aber wo ist der schatz wo sind die reichtümer dort befindet sich eine eine tafel zwei nachrichten werden übrige üblicher üblicherweise auf tafeln geschrieben wir sollen den interaktionsbuffet auf sie anwenden so können wir sehen ob etwas interessantes auf ihr geschrieben steht mir schwand nichts gutes eins nach oben bitte so zwei leiter noch platzieren sollten wir hier und hier gut und dann sollten wir mit der interaktion genau die tafel auswählen und lustigerweise ist hier sogar so mauer stein im boden hier steht eine nachricht sie lautet oh prinz wenn ihr dies lest so habt ihr euch würdig erwiesen ihr habt bewiesen was ihr dass ihr wisst was jeder anständige zweck von geburt haben wissen sollte hier gibt es keinen schatz für euch nun geht hinaus und absurde wird endlich die prüfung ihr liebe könig vater na gut zwerge wenn wir bereit sind sollten wir uns zurück auf den weltbildschirm begeben würde der könig vater eines tages werde ich es euch zeigen daher scheint es nicht viel von wert nicht viel von wert zu geben dieses gebiet können wir nun über die options schaltwäsche wieder verlassen lass uns wieder die weltkarte aufrufen wenn wir dazu bereit sind wir haben alle main quests hier abgeschlossen level abgeschlossen ihr habt eure zwerge erfolgreich zu sieg und rum geführt zurück zur welt so da sind wir wieder auf der welt und wir haben sogar die königsqueste alle absolviert die wollte ich ja eigentlich ignorieren ja zur königsqueste kann ich dann in der nächsten mission etwas sagen wir auch gleich angehen werden und man sieht die weltkarte hat sich ein bisschen verändert gut meine zwerge jetzt haben wir einen besseren vorschnitt davon was die verwaltung einer siedlung bedeutet jetzt finde ich dass keine herausforderung für uns zu groß sein würde ja wie man sieht ist hat sich jetzt auch der das level hier ein bisschen verändert vom design her also es leuchtet nicht mehr so weil wir es abgeschlossen haben eigentlich wir können ja mal kurz zur mission zurückkehren jo das war falsch ich habe gerade auf mission zurücksetzen geklickt ups naja gut werde ich sie vielleicht nochmal offscreen machen aber wir haben sie abgeschlossen deswegen gehen wir jetzt gleich in die prüfung wie konnte ich mich nur so verlesen ne bevor wir die prüfung gehen man sieht die weltkarte verändert sich mit der zeit also jetzt stehen hier soldaten die standen vorher nicht hier das finde ich nämlich auch ganz cool gemacht je weiter wir im spiel voranschreiten und missionen erfüllen desto mehr verändert sich die weltkarte und desto mehr zwergischen einfluss gibt es gut das heißt wir gehen jetzt in die prüfung das hat man wahrscheinlich gerade nicht gehört ich wollte sagen hier kann man etwas freier spielen ohne die ganzen tutorial vorgaben so in ordnung hier wären wir also die prüfung der clans führer wenn wir sie absolvieren da habe ich mich als wahre zwergen clans führer bewiesen freut euch nicht schon jetzt einen knoten in den bart mein sohn als clans führer müssen in der lage sein euch um eure zwerge zu kümmern könig vater wo seid ihr ich werde euren fortschritt beobachten kümmert euch aber nicht um mich sondern konzentriert euch auf eure aufgabe ja man sieht schon wir haben hier sehr viele sachen zum ausbuddeln und hier ist sogar schon ein zeichen in welche richtung für buddeln sollten weil hier hinten ein neuer raum ist erstmal werden wir aber ein bisschen hier vergrößerungen vornehmen zum beispiel mal den thronsaal vergrößern und hier wir haben was haben wir denn alles wir haben zwei soldaten wie genau lautet denn meine aufgabe wenn ihr die schatzkammer erreicht die hier irgendwo liegt dann habt ihr eure aufgabe erfüllt um sie zu erreichen müsst ihr euch aber als wahre zwergen clans führer beweisen ja ja ich weiß zuerst muss ich eine funktionierende heimstatt haben damit ich habe ich bereits begonnen ja fleißig gebaut habt ihr in der tat ihr müsst aber auch eure zwerge zufriedenstellen baut mehr betten ernten mehr nahrung und baut einige schöne dekorationen gestaltet eure siedlung so dass ihr stolz darauf sein könnt ja das ist eigentlich der hauptaspekt des spiels der sims aspekt würde ich fast schon sagen ich könnte auch den raum mal etwas größer machen hier ist und digium da kann ich nicht durchgraben aber hier ist keins also kraft mal das aus und ja wir buddeln gerade den thronsaal aus genau wir brauchen auch nahrung also macht mal den farmbereich hier auch etwas größer er hat schon level 3 erreicht er ist noch level 1 und jetzt sieht man auch endlich die werte von den zwergen wenn ich über sie drüber fahre also energie hunger und so weiter und wie königvater gesagt hat wir brauchen betten am besten stroh betten er für das erste wobei bequeme betten sind besser man sieht nämlich wenn man hier drüber fährt erstmal was die betten kosten hier drüben wie zu viel zufriedenheit sie geben und wie viel erholung sie geben also am besten sind bequeme stein betten die kosten allerdings dieses hübsche material was wir noch nicht haben stroh betten sind nicht ganz so gut am besten weil wir uns das auch leisten können bauen wir mal zwei bequeme betten hier hin da haben wir schon mal drei betten nebenbei ich habe euch drei quesquests zur erfüllung aufgetragen diese schwierigen aufgaben müsst ihr zwar nicht erfüllen wenn ihr es aber dennoch tut so wird euch bei allen zwergen respekt einbringen wer weiß wenn ihr genügend dieser quest erfüllt könnt ihr vielleicht alles selbst zur legende werden ha wenn ihr sie euch ausgedacht habt dann werden sie schon nicht so schwer sein schauen wir in eurem questtagebuch nach werdet ihr zusätzliche informationen zur erfüllung dieser quest benötigt also ja königsquests oder kingsquests sind optionale quests wie man wie königvater gerade erwähnt hat und sind auch ein bisschen schwieriger als die normalen quests die sind hauptsächlich einfach nur langwierig königsquests ok sind auch hauptsächlich langwierig dieses ist eine der königsquests hier geht es um das erlangen von forschungspunkten die man im technologiebaum zum freischalten mächtiger boni ausgeben kann um diese quest abzuschließen muss ich mehrere schritte voll folgen bei der rufung eines jungzwerks zum gelehrten bau eines forschungstisches der gelehrte muss den forschungstisch erreichen und an ihm arbeiten können der gelehrte soll am tisch arbeiten bis er einen forschungspunkt erlangt hat den ersten forschungspunkt dem technologiebaum für etwas ausgeben das uns zum vorteil gereichen kann wenn ich diese schritte befolge habe ich die königsquests absolviert spezialisierte forschung dies ist eine weitere königsquest die wir absolvieren können wenn wir möchten hier werde ich etwas über die spezialisierung von zwergsoldaten lernen damit wir genügend truppen ausheben können um diese quest abzuschließen müssen wir mehrere schritte befolgen absolviert quest der forscher genügend forschungspunkte zum freischalten der technologie und militärspezialisierung ein zwergsoldat muss bis auf stufe 5 gebracht werden aufruf der beförderungsoption dieses zwergs und auswahl einer spezialisierung nahkampf oder fernkampf und fallenbauer ja das ist die dritte und letzte quest dieses levels hier werden wir den bau vom fallen erlernen und wie man sie mit elektrizität speist zu absolvieren dieser quest müssen wir mehrere schritte befolgen absolvierung der quest forscher genügend herrschungspunkte zum freischalten der technologie maschinenbau bau von drei fallen bau an aussagen für generatoren zur inbetriebnahme der fallen ja das mit dem fallen ist so eine sache und hier ist übrigens das material was wir brauchen so hier wird dann auch mal runtergebuddelt ich kann ja schon mal hier ein bisschen stein nahrung platzieren das wäre auch noch keine schlechte idee also was haben wir wir hätten zitronenbäumchen wir hätten pilzbäumchen und wir hätten karottenbeete und wir haben natürlich holzpflanzen erstmal platziere ich einfach in der ecke zwei holzpflanzen und dann noch ein paar pilze hier unten so meine bergarbeiterzwerge haben hunger ich werde auch den raum mal vergrößern ein bisschen und werde sie hier weiter ausheben lassen ach ja der esstisch der steht da ein bisschen schlecht hier sollte ich mal die dazwischenzeit einfach vor anders hin stellen auch wenn er im weg steht aha jetzt haben die zwerge einen platz zum schlafen gut gemacht zwerge jawohl gut gemacht aber nur weil es betten gibt sollen die zwerge nicht den ganzen tag herumliegen und faulenzen wie ihr es euer leben dann getan habt los jetzt zurück an die arbeit ja schon gut meine güte die betten damit sie nicht im weg stehen verschieben wir mal kurzfristig hier oben hin was auch immer du gerade da unten treibst raus und du Untertitelung des ZDF, 2020